Und dann wills der das auch. Was willst du? Na, das ist ja heimlich. Was denn für ne heimlich? Das ist schon alle etwas schlecht, das ist ja eine Trickbeier-Sache. Was denn für ne heimlich? Ja, du. Einer wills, was der andere noch nie will. Ja, und denn? Der will das aber auch wissen, was er noch nie will. Ja. Und der wisst aber, was der noch nie will. Und dann sagt er ihm das und dann wisst er so. Ne, und dann? Er sitzt dann nicht mehr heim. Und dann bringt der ein neues Geheimnis in der Umlaufbahn. Und dann sagt er wieder, du, ich wisst das. Und was ist das? Und dann ist das eigentlich nichts anderes als Petzel, Petzel, jingen in den Laden, wolltest du einen 6er Käse haben. Was ist das? Und ich verabschiede das auch. Aber was ich will, was der mir ist. Und dann geht's gut durch. Ich will jetzt das Spiel. Ich wisse es, ich wisse es doch. Ich wisse es doch. Ich wisse momentan ausfallen. Ausfallen? Ist das sehr? Ist das in City? Ja, City, freie Gründe. Ich verloge sich die Karte. Naja, naja, nix jetzt mal. Wie ist es, die Brauch zu ihm wieder hin? Woooooo, woooo, woo. Waaah, waaaa. Naja, wollen wir mal den fahren oder halt den? Ob wir so fahren wollen? Ich sag mal, wenn er runterkommt, kann ich hier in den Treppen hersteigen. Was ist denn überhaupt hier? Was ist denn das für ein Ding hier? Was ist denn das für ein Ufo oder für Landeke? Ja, was denn?